Wer, wer will es nicht wissen, ist außen, seinem Leben, der Zukunft, der Liebe, was morgen ist, was übermorgen ist, wen man trifft, was das, was das geht uns durch den Kopf, Fragen und wir suchen Antworten. Gibt es die einen, gibt es die anderen, dann gibt es die, die behaupten, sie hätten die Antworten, die Karten zum Beispiel, die Karten können viel erzählen, eigentlich alles, auch über dich, genau über dich.